Jo, weiter geht's. Wenn ich das mal wüsste, wie ich hier gelandet bin, ne? Das würde mich auch mal brennend interessieren. Was heißt, ihr vergesst die Liste? Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin plötzlich auf diesem Wagen. Hallo? Hallo? Ja, wenigstens das. Aber da habe ich auch nicht mehr viel von. Hm. Hm. Da hinten liegt noch die Leiche rum. Wunderbar. Ja, was war das? Ich weiß noch, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, hat mein Mitbewohner mich rübergerufen, weil der sich da gerade einen Chart zusammen gebastelt hat. Und, ähm, ja, keine Ahnung, da war halt natürlich hier auch diese Szene kurz danach und immerhin so, na, raten wir, was jetzt passiert. Ich dachte mir so, hm, wir haben so mittelalterliche Fantasywelt. Da kommt bestimmt ein Drachen. Und, ähm, ja, genau. Hm, wenigstens haben sie einen guten Henker, der beim ersten Mal trifft, ohne Trinkgeld vorher bekommen zu haben. Das war ja wohl, als es diesen tollen Job noch gab, wohl so üblich, dass man da Trinkgeld bekommen hat, damit er auch gleich das erste Mal richtig zugelangt hat. Man sich da nicht erst zu Hackfleisch verarbeiten lassen musste, bevor man denn endlich mal seinen Kopf los war. Ja, nice und easy, als wenn ich eine andere Wahl hätte, ihr Fritzen. Ja, und, äh, damit verabschiede ich mich dann auch. Das war's dann, Wolf, mit dem Skyrim-Spielen, äh, und, äh, Ende des Spiels, lol. Ja, äh, da ist der Drachen. Hallo? Natürlich rote Augen, weil alle, die böse sind, müssen rote Augen haben. So, jetzt ist hier... Vast. Use vast to move. Machen wir doch. Der hat einen Pfeil über sich, deswegen laufen wir dem mal hinterher. Da kann ich rückwärts laufen. Mhm. Warum sehe ich so verschwommen? Och, Uthrick, du bist so weise. Und so bestimmt. Up through the tower. Let's go. Genau, Treppe hoch. WTF, lol. Torchul. Nix der Torchul, sondern Feuer. Oh, oh. Ja. Okay. Den hat's erwischt. And keep going. Press... Space... Space to jump. Kriegen wir hin. Aua. Vielleicht doch nicht so die gute Idee. Hm. Lan, 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 lan. Hey. Ah, hier, da ist wieder das schaulustige Kind von eben gerade, dass er partout nicht reingehen wollte. Hättest immer auf Pepper gehört, ne? Jetzt siehst du, was du davon hast, du Fritz, du. Äh. Jetzt, äh, laufe ich hier wieder dem tollen... ...Imperiumstypen hinterher. Und zwar, wie ist dieser? Äh. Ja. Hm. Ich glaub, den hat's erwischt. Kann ich den Bogen bitte haben? Ach, so läuft's. Oh, die Schieß- und Feuerbällen. Awesome. Und treffen voll nicht. Oh, die haben übelst die Reichweite. Okay, okay, ich vollkomme ja schon. Hoppla. Was mach ich denn jetzt hier? Was machen wir erstmal hier? Jaja, ich bin ja schon da. Enter the Cape. Haben wir hingekriegt. Plenty of gear. Sehr schön. Vor allen Dingen liegt hier Geld rum. Hehehe. Londoner. So. Oh, hier, da haben wir und so weiter. Ja, dann ziehen wir uns doch mal an. Stiefel, Helm und zwei Schwerter. Und natürlich genug Alk muss immer dabei sein. Ja, dann, äh, mal auf. Oh, hier. Kannst ruhig ein bisschen schneller laufen. Ja. 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 Weiß ich doch. Alter, wie der geguckt hat. Richtig evil. Und jetzt? Ach, da ist er. Ja. Ich geh mit, äh, in, äh, die Richtung, da. Oh, wir gehen in den Keller. Alles klar. Wo... Ohne Tageslicht fahren wächst. Alles klar. Okay, da kriegen wir unser Lichtfenster. Schön. Da hat auch der Fahn was von. Und jetzt? Was? Ja, guck mal, nicht so böse hier. Ist ja schlimm. Der irgendwas schön ist für mich. Oh, wir ziehen viel Feind zum Kausch. Da will man Leichen fleddern und die haben nur Müll dabei. Das geht ja wohl gar nicht. Oh, unglaublich. Oh, hier, hier steht noch trinken. Dankeschön. Oh, wenn da ein Pfeil ist, dann ist das wichtig. Ui. La, la, la. Oh. Oh. So. Wie sehe ich eigentlich aus? Hm, hm. Hey, du kannst ruhig schon weiterlaufen. Es gibt nur einen Weg. Ja. Hm, hm, hm. Oh, ein Scheletch. Ist mir voll kaputt gemonkt hier. Und jetzt? Oh, oh. Oh, 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 oh. Ja. Bücher lesen. Ich glaube, ich möchte jetzt keine Bücher lesen. Ah, machen wir doch mal hier ein bisschen. Ja. Hm, das ging doch relativ problemlos. Und hier liegen coole Sachen rum. Oh, und der hat viel Geld dabei. Sehr schön. Möchte ich zaubern? Glaube nicht. Aber ich glaube, ich möchte es mitnehmen, weil mir das viel Geld bringt, wenn ich es später verkaufe. Warum drücke ich nicht gleich eher, um alles mitzunehmen? Äh... Joa, schaden kann das nicht. Okay, hier gehen alle Türen einfach auf, das gefällt mir. Und dann... Ist ja überhaupt hier was drinne? Nee. Warum soll ich dann hier meine Sachen verschwenden? Gut. Da geht's nicht raus. Wo soll ich denn sonst hin? Wo ist denn hier mein Kumpel hin? Ist doch auch hier lang. Nein, ich will keine Türen aufmachen. Ach, da ist er ja. Hallo? Wunderbar. Skelette haben immer Geld dabei. Bus. Wo hat der Pfeil einen Bogen weg? Oh mein Gott. Ja, du wirst wissen, was du tust. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, aber da könnte ich meinen Bogen herbekommen. Sehr schön. Hm... Fatality. Ähm... Wie auch immer. Wo sind wir hier jetzt? Da ist er. Bogen. Also, das war uns erst mal Pfeiler. Klarer Fall, aber... Bogen. Bogen. Lernbogen. Was hat er hier? Der hat auch Pfeiler. Sehr schön. Bevor wir jetzt weitermachen, machen wir mal eine Pause. Also. Bogen.